Die Jagd auf Elben beginnt Startausstellung für den Grand Prix der USA, der Grand Prix von Austin, Texas steht bevor Pole Position für Max Verstappen vor Carlos Sainz, es ist nicht Elben, der in der Top 2 steht und das ist dann fast schon ein Novum, wenn wir mal Grittstrafen rausrechnen aber ich vermute, dass es hier auch darauf rauslaufen wird denn wir haben Norris und Alonso auf 3 und 4 vor Russell und Perez Gasly auf der 7 vor Stroll auf der 8 Piastri auf der 9 vor Esteban Ocon und dann auf der Elben Tatsächlich wäre er Pole Setter gewesen, hat aber eine 10-Platz-Strafe, wo sind wir eigentlich? Magnussen an auf der 12 vor Leclerc und Mick Schumacher Lawson auf der 15, wir kommen auf Rang 16 Latifi auf der 17 vor Drogovic, Shuguan Yu, Tiktum, Schwarzman und Yuki Tsunoda ganz hinten Und damit Servus und Herzlich Willkommen zu F1 22 My Team Karriere mit Ali Barber Racing, wir stehen kurz vor dem Grand Prix der USA, haben das Qualifying völlig verhauen, denn auf unserer schnellen Runde sind wir erst in den Verkehr gekommen und dann habe ich einen Fehler reingebaut, ich konnte nicht mehr pünktlich dann über die Linie kommen, beziehungsweise die Runde danach war dann nicht mehr gut, weil die Reifen dementsprechend abgebaut haben Leider, leider aus Q2 deshalb ausgeschieden, aber auch Alex Elben musste eine Krit-Strafe in Anspruch nehmen und startet deshalb von Platz 11, das ist für uns eigentlich traurig, aber gleichzeitig, weil wir die letzten vier Rennen jetzt vor uns haben, ne fünf Rennen, ne Moment, 19 von 22, 19, 21, 22, ja nur noch vier Rennen und wir haben ja noch einen Auftrag, nämlich das Leben von Alex Elben möglichst schwer zu machen und das wird sehr sehr schwer im heutigen Rennen, aber zumindest steht er nicht ganz vorne und hängt auch am Anfang im Verkehr, außerdem haben wir ein Regenrennen vor uns, das was ich am wenigsten mag, hier bei einem langen Rennen, aber wir müssen das Beste damit, ja, daraus machen, wir gucken mal wie lange wir die Intermediates fahren können, ich denke hier ist es unrealistisch ohne Stop durchzukommen, wobei, wer weiß das schon, wir hatten das ja letztes Mal gemacht und das hat uns ein paar Plätze, ja, gewinnen lassen, keine Ahnung, ob es hier möglich ist, wir können es durchaus probieren, aber ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass wir zur Rennhälfte in etwa reinkommen werden. Außerdem noch ein kleiner technischer Hinweis, ich habe jetzt endlich, endlich einen Teil meines PCs repariert, nämlich eine neue Festplatte eingebaut, das war glaube ich der Hauptgrund, warum die letzten Videos öfter auch mal ein Fehler drin war oder warum das Video geruckelt hat oder sonst irgendwas passiert ist. Ich hoffe sehr, dass jetzt endlich alles wieder passt und, ja, die Videos in guter Qualität am Ende auf YouTube ankommen, falls es da noch so ein bisschen Einstellungsbedarf gibt, werde ich das die nächsten Videos dann hoffentlich alles soweit hinbekommen. Ansonsten viel Spaß beim Rennen. 28 Runden stehen uns hier in Austin, Texas, bevor die Jagd auf Elven beginnt in diesem Rennen von Bad 16, die Ampel lang auf Rot. Kein allzu verkehrter Start für das Regenwetter und wir können gleich innen hier die Bahn ausnutzen. Da geht es einige Positionen nach vorne, aber wir müssen trotzdem vorsichtig sein hier beim Brausbeschleunigen. Und dann geht es hier relativ weit, aber wir konnten zwei Plätze gut machen hier in der ersten Kurve und jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen Grip finden. Die Strecke ist schon ziemlich feucht. Ja, die Autos da vorne sind sehr nah beieinander. Leichter Kontakt mit Leclerc, da habe ich ein bisschen zu viel Schwung reingebracht in diese Kurve, aber nichts Schlimmes passiert da vorne. Elven steht aus und auch wir können auf Leclerc angreifen und dafür macht hier Magnussen zu und Elven hat in dieser Kurve davon, glaube ich, drei Autos überholt. Wahnsinn! Der hat auf jeden Fall auch einen Auftrag. Wir kommen leider nicht gut raus auf die Gerade, können aber Leclerc angreifen, Schumacher versucht es auch noch. Gibt es Kontakt hinten, aber wir konnten kurz 13 jetzt erobern. Und da vorne müssen ein paar Leute an die Box kommen, da gab es wohl Berührungen. Leider ist es nicht Elven, so schadenfroh wie das klingen mag. Es ist Russell und Stroll, die müssen beide an die Box kommen. Elven jetzt schon relativ weit vorne, der hat eine irrsinnige Pace hier am Anfang in diesem Rennen. Wie gut ist unsere Top Speed? Runde 2, natürlich kein DHS-Fall gegeben. Und wir kommen so langsam hin auf Magnussen, können hier innen reingehen. Da geht es aber weit, wir kriegen die Kurve nicht ganz, da wollten wir zu viel. Virtual Safety Car, was ist passiert? Hinter uns, relativ weit hinten im Feld, gab es einen Dreher hier von dem Aston Martin vor uns, vor dieser Kameraperspektive. Der hat einfach zu viel Gas gegeben in dieser Kurve. Das ist hier Nikolas Latifi gewesen. Ja, gibt aber trotzdem bitte Safety Car, obwohl sich hier eigentlich alle wieder einsortiert haben. Und es geht wieder im normalen Renntempo weiter. Wieder grüne Flaggen. Und wir müssen jetzt wieder hier die Rennplace finden. Magnussen schon mit großen Mal schon nach vorne, aber wir können noch nicht wirklich angreifen. Klar, das war jetzt ja aufgrund der Safety Car Phase. Aber ich glaube, es wird wie immer schwierig werden hier im Regen und in den USA. Spät gebremst. Hier müssen wir aufpassen, nicht dass unser Schuhmacher ins Auto fährt. Ja, es wird ein sehr, sehr schwieriges und langwieriges Rennen werden vermutlich. Ich weiß nicht, was los ist, aber wir haben scheinbar einen Frontflügelschaden von irgendeiner Berührung uns zugetragen. Und das bedeutet, dass wir gerade pro Runde eineinhalb Sekunden oder mehr nach vorne verlieren. Das gibt es doch gar nicht. Es läuft alles schief. Es wäre die einzige Strategie hier gewesen, tatsächlich das Durchfahren zu riskieren. Und jetzt haben wir von der Rennplace her auch leider gar nichts, was wir ausrichten können. Ja, das ist ziemlich ärgerlich. Wir können nur hoffen, dass es irgendwie eine Safety Car Phase gibt und wir dann dadurch ein paar Plätze gut machen. Ich glaube, es macht Sinn, jetzt an die Box zu kommen und frisch hinter mir jetzt zu holen, tatsächlich. Weil das ist so schlecht zu fahren gerade. Und wir kassieren auch noch eine Drei-Sekunden-Strafe jetzt, weil wir schon mehrmalig hier über die Linie gekommen sind. Und über die Streckenbegrenzung. Es ist bis jetzt ein Rennsonntag zum Vergessen. Das hatte ich zwar schon erwartet, dass es schlecht laufen wird hier in den USA, weil es ist einfach recht schwer zu fahren, vor allem im Regen. Aber dass es so schlecht läuft, hätte ich nicht gedacht. Auch Schuhmacher hinter uns, der hat auch einen Schaden von irgendwas davon getragen. Auch dahinter gab es so Berührungen, denn Lawson kommt auch an die Box. Aber wir haben hier nicht mal die Frontflügel gewechselt. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Ja, nachdem der Boxenstop letzte Runde völlig umsonst war, kommen wir jetzt nochmal rein. Ja, leider hat das Spiel wohl den Schaden alles nicht groß genug gewertet, dass der Frontflügel automatisch gewechselt wird. Man muss es vor Einfahrt der Box hier im Menü umstellen. Ich habe leider, leider nicht dran gedacht, aber es ist schon sehr traurig. Zwei Boxenstops, wo wir mit Null geplant haben. Eine Drei-Sekunden-Strafe auch noch. Auch dann der Regen, schlechter Startplatz. Und jetzt sind wir gleich ganz, ganz hinten. Das ganze Feld rutscht durch. Hier noch zu früh von der Kupplung gegangen. Also alles ganz, ganz schlimm. Nur Schock-One-U ist noch hinter uns. Der war mehrmals wohl an der Box. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir von hier hinten ausrichten können. Aber ziemlich sicher gar nichts. Ja, seit dem Boxenstopp konnten wir ein bisschen auch vorne auf und zu Noda fährt. Er war fast ähnlich schnell wie wir auf Gang 19. Auch Schumacher ähnlich schnell. Unsere Fase ist schlecht. Aber tatsächlich kommen wir ran an Robert Schwartzman, wen wir hier auf Turn 1 uns fast verbremsen. Schwartzman, der scheint gröbere technische Probleme zu haben. Der kommt quasi fast nicht von der Stelle hier. Ja, sehr langsam hier in den schnellen Kurven. Da können wir sogar außenrum vorbeifahren. Und das, obwohl wir in aller Regel in dieser Sektion sehr, sehr langsam sind im Vergleich zur KI, zur Konkurrenz. Vorbei an Schwartzman hier gegenlenken. Nochmal gegenlenken. Und schon wieder sind es 7 Sekunden Rückstand auf Yuki Tsunoda. Ja, und es ist ein einsamer mittlerer Stint, beziehungsweise mittlerer Teil des Rennens. Tsunoda Schumacher sind minimal schneller oder gleich schnell wie wir. Wir haben also die KI-Stufe hier leider völlig falsch gewählt. Nicht angepasst an Regen und USA, obwohl ich auf einer 80 unterwegs bin. Wir waren auch schon mal auf 82 unterwegs. Aber es ist einfach extrem schwer hier im Regen, das Auto auf der Straße zu halten. Wir müssen wirklich extrem shortshiften. Wir dürfen nicht zu früh aufs Gas gehen. Und dann verlieren wir trotzdem Zeit auf die Mittelfeldfahrzeuge. Sehr, sehr schade. Wir haben jetzt im letzten Umlauf die schnellste persönliche Runde erzielt mit 1,44,90. Die ist aber wahrscheinlich zwei Sekunden oder mehr langsamer als die Zeit der Spitze. Aber jetzt gibt es noch eine gelbe Flagge in einem anderen Teil der Strecke. Ich glaube, da rollt ein Mercedes aus. Und das ist gar nicht so gut für uns, denn dann gewinnt auch Erwin einen Platz. Gibt es da irgendwie ein Safety Car? Ich glaube nicht. Nosca Piastri rollt Problemus in der Auslaufzone aus. Von daher hat es keine größeren Auswirkungen auf unser Rennen. Ja, ich habe die letzten Runden viel überlegt. Und wir haben einfach keine Chance, dass es in diesem Rennen so eine Safety Car-Phase gibt. Dann haben wir eine 3-Sekunden-Strappe. Immer noch ein schlechtes Auto hier im Regen. Eine schlechte Leistung. Und eine schlechte Position auch noch. Von daher ist es das Logische, an dieser Stelle dieses Rennen für uns aufzugeben. Ich werde jetzt diese Runde an die Box kommen, das Auto abstellen, Material schonen. Das macht, glaube ich, vor allem deshalb Sinn, weil wir sonst unter Umständen noch einen Getriebewechsel diese Saison machen müssen. Das hatte ich ja die letzten Videos mal angedeutet. Und dann brauchen wir vielleicht, wenn wir jetzt das Rennen abbrechen, eben keine Griffstrafe in Anspruch nehmen. Wir kommen also jetzt an die Box zum Norden. Da kommt es auch noch mal rein und hätten wir auf der Strecke gekriegt. Aber trotzdem, heute aussichtsloses Rennen für uns leider nicht gut gelaufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, am Ende Top ist Sieg für Red Bull. Für uns ein Totalausfall zumindest, ja, für uns persönlich. Die Red Bull haben es beide wieder ohne Stop bis ans Ende durch geschafft. Von daher wäre das auf jeden Fall heute auch möglich gewesen. Wir haben damit Norris hinter sich halten können. Die beiden Red Bull also Doppelsieg mal wieder. Und Albon hat es am Ende sogar bis auf Platz 4 noch nach vorne geschafft. Ist noch vorbeigekommen an Gasly, Alonso und Sainz. Von daher hat er da heute so ein bisschen seine Punkte maximiert. Bei der Alpine auf 7 und 8 in den Punkten. Magnussen mit 2 Punkten heute wertvolle Punkte im Kampf um die Mittelfeldplatzierungen für AlphaTauri. Stroll wird dann noch 10. Und Russell ebenfalls mit 2 Stops dann knapp dahinter. Keine Punkte für Mercedes in diesem Rennen. Also, das bedeutet in der Gesamtrangliste, dass wir auf jeden Fall erstmal hinter Verstappen zurückfallen. Das ist echt schmerzhaft, nachdem wir jetzt die letzten 2 Rennen nicht so wirklich gepunktet haben. Ja, was sollen wir da nur machen? Albon 59 Punkte weg. Ich würde mal sagen, das ist gegessen. Ich denke, Albon hat den Fahrertitel so gut wie sicher, wenn er nicht in jedem der letzten paar Rennen ausscheidet. Norris währenddessen wieder zurück auf Platz 4. Ist an Alonso vorbeigegangen. Ansonsten gab es unten auch noch eine Verschiebung. Pierre Gasly hat es sogar geschafft, jetzt George Russell hinter sich zu lassen. Mercedes gegen Alpine gibt das etwa doch noch den Kampf. Das ist die Frage, die sich hier stellt. Bei der Konstrukteursangliste, wenn wir da vorne relativ sicher sind und Red Bull auch auf Platz 2, ist höchstens Ferrari gegen McLaren noch eine Baustelle. So wie Mercedes gegen Alpine, die sich nur noch um 8 Punkte unterscheiden. Und AlphaTauri heute mit den 2 Punkten von Magnussen baut sich ein winzig kleines Polster gegenüber Alfa Romeo auf. Ja, was passiert jetzt noch? Wir haben drei Rennen vor uns und in Brasilien gibt es natürlich noch das Sprintrennen. Das heißt, es gibt maximal 3x26 plus 8 Punkte zu holen. Das sollten nach meiner Rechnung 86 Punkte maximal sein. Ich glaube, ich habe mich nicht verrechnet. Das müsste passen, inklusive schnellster Runden auch. Und das heißt wiederum, dass wir auf jeden Fall noch rechnerisch die Chance haben, ganz vorzukommen. Aber dafür muss bei Alvin schon alles schief gehen in den nächsten drei Rennen. Und das ist natürlich sehr unwahrscheinlich und unrealistisch. Aber ich denke, dass wir auf jeden Fall um Verstappen noch um den Vizetitel kämpfen werden und auch müssen, nachdem er die letzten beiden Rennen gewonnen hat. Die letzten vier Rennen auf dem Podium war, dreimal davon sogar hat er gewonnen. Krass, der hat eine richtige Serie jetzt hingelegt. Hat auch damit die meisten Siege in dieser Saison bislang. Also Max Verstappen, der hat noch einen Auftrag. Wenn er nicht viermal ausgeschieden wäre, wäre er auf jeden Fall auch ganz vorne mit dabei gegen Alex Alvin. Dafür wird es unter Umständen nicht mehr reichen. Und ich gehe davon aus, dass diese Umstände auch eintreffen werden. Wir haben nur einen ganz kurzen Zeitraum, den wir für die Teamaktivitäten nutzen können. Machen wir hier noch was für die Teamanerkennung. Da haben wir immer noch nur den Stand Level 23. Da darf noch ein bisschen was nach vorne gehen. Ansonsten müssen wir uns mal orientieren, ob es noch was zu tun gibt. Aber ich denke, dadurch, dass wir jetzt hier früher ausgeschieden sind, könnte es sein, dass wir mit dem Getriebe noch durchkommen. Ich hoffe halt nicht, dass das gerade im letzten Rennen dann noch hochgeht. Das wäre natürlich sehr, sehr kritisch. Wir müssen mal gucken, wie sich das Ganze noch entwickelt. Aber ansonsten können wir leider von hier aus gerade nichts mehr tun, außer hoffen, dass wir in den letzten drei Rennen eine extrem gute Serie hinlegen, um zumindest den Vizetitel zu holen oder nochmal Alvin ein bisschen gefährlich werden zu können. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Sorry, dass das heute so ein schlechtes Rennen war. Das nächste Rennen wird auf jeden Fall besser. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in Mexiko. Bis dahin, macht's gut, ciao und servus. So ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da, abonniert den Channel und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao und servus.